Hallo und herzlich willkommen, willkommen, Schnitt, nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spectator Mode hier in der Trailer Reaction. Ich bin der Vogue und wir schauen heute den neuen Trailer zum DLC Mortal Kombat 11 und zwar das Terminator DLC. Ich persönlich habe keine Ahnung von Mortal Kombat. Das letzte Mortal Kombat, das ich gespielt habe, war das mit der schwarzen Kassette für den Super Nintendo. Und ich meine, ich schaue mir das gerne mal an, aber ich bin halt einfach nur ein Fan vom Terminator. Insofern schaue ich mir diesen Trailer mal an. Der T-800, der Original Terminator aus dem ersten Teil, nicht der T-1000 und nicht der, wie auch immer die anderen T's dann alle heißen. Who cares about Terminator 3, der war scheiße. Danke James Cameron, dass du davon ein Remake machst. Und wir legen einfach direkt mal los hier mit Model Kombat 11, Official Terminator T-800 Gameplay Trailer. Bestimmt cool, warum denn nicht? Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Auf geht's, ich wünsche euch viel Spaß. Los. Erstmal, Intense Music. Okay, ist schon mal nice. Uh, das ist bestimmt irgendjemand von Model Kombat. Und dann packen sie ihre Waffen weg und... Das ist ja super strange. Ist das da hinten noch ein Terminator, der da in der Ecke steht? Super strange. Warum kam denn jetzt das gelbe, äh, gelbe, war ein lila Licht her? War das ein Finishing-Move? Warum hat er Klamotten an? Der müsste doch jetzt nackt sein, wenn er quasi die T-Type reißt oder so. Aber ich meine, das Model sieht halt schon geil aus. Aber er ist halt der alte T-8-Tongelett aus dem neuen Terminator, hab ich das Gefühl. Was auch immer da passiert. Ja man, aus der Luft gepackt. Boah, ich glaub der neue Terminator wird halt einfach so geil. Was ist das? Ist das irgendwas, was der jetzt kann? Schmeißt der irgendwas von sich weg? Ist eine Batterie, die da explodiert? Ich hab keine Ahnung. Bam! Wie sie das begründen, diese lila, äh, Elektrizität-Kacke. Boah, brennt jetzt seine Hülle ab? Alter, wie geil. Okay, das ist schon ziemlich nice. Haben die Jungs hier ganze Arbeit geleistet mit den Mädels. Boom! Finishing. Boah. Mega! Okay, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ziemlich cool gemacht. Alter! Wie nice das einfach ist. Der Trailer ist der Hammer. Der Trailer ist der Hammer einfach nur. Ich hab so Bock auf den neuen Terminator-Film, ey. Und er verpisst sich einfach wieder. Geil. Einfach nur geil. Alles richtig gemacht hier. Mega einfach nur. Cassie Quinn. Uh. Okay, abbrechen. Äh. Ja, das war meine Reaction dazu. Ich find's mega geil einfach nur, auch wenn ich kein Fan von Beat'em'up, Mortal Kombat oder sowas, äh, in der Art bin. Aber naja. Gut, ja. Das war meine Reaktion zu dem Terminator im neuen Mortal Kombat 11. Schaut auch bald wieder rein, wenn's die nächste Reaktion gibt. Äh. Geil. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Achso, ja. Nochmal was hier. Bevor ich's vergesst. Wenn ihr euch das ganze Video bis zum Ende angeschaut habt und mir immer noch zuhört, wie ich hier scheißel habe oder beziehungsweise mich selbst belustige, dann könnt ihr auch gleich nochmal ein Like da lassen. Und, äh, schaltet wieder ein zur nächsten Trailer-Reaction, genau hier auf Spectator-Mode. Wenn euch die Videos gefallen, lasst ein Like da. Das hilft auf jeden Fall ungemein für mich und meinen Kanal, auch für die Videos an sich. Also, lasst ein Like da. Ich würd mich freuen. Ansonsten bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.